yo was geht ab liebe leute willkommen in köln beziehungsweise jetzt hier bei patricias wg wir haben hier wieder schön zwei balkone wir sind heute morgen angekommen ich habe keinen powernap gemacht wir haben halb zwölf jetzt gehe ich dann gleich in die stadt gebe was essen und entdecke köln man sieht sogar den kölner dom sieht man das da hinten auf jeden fall die zwei zipfel kann man erkennen richtig nice hier ja und jetzt ziehe ich mich um weil es mega 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 warm geworden kurze hose tank top und dann schnappe ich mir das longboard und dann geht es los also ich frage mich gerade ist das wirklich eine gute idee mit einem longboard zu fahren wenn ich schon seit australien nicht mehr an das skateboard gefahren bin aber ich muss sagen ich fühle mich jetzt langsam wie ein richtiger youtuber hier standard leggewehr mini x und longboard in köln das ist ja wohl echt standard naja ich hatte die klappe viel spaß mit kölner aufnahmen also ich muss ehrlich sagen köln gefällt mir richtig krass wirklich wirklich schön hier haftig haftig Das war gerade eben ganz witzig. Ich bin gerade eben am Kölner Dom gewesen. Warum heißt jemand Jetski? Auch nicht schlecht. Ich war gerade eben am Kölner Dom und dann sind so zwei 14-Jährige zu mir gekommen. Henrik und Pascal, die wollten nicht vor der Kamera, aber bist du YouTuber, können wir ein Bild machen. Richtig witzig. Das erste Mal hier. Und richtig nice. Die Stadt gefällt mir mega gut. Also ich kann es mir echt vorstellen zu leben. Gefällt mir hier. Ja, ja, ich weiß. Ich bin mir da richtig gut ernährt heute. Döner und Pizza. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Deswegen gönne ich es mir heute. Ich war jetzt eigentlich den ganzen Tag in der Stadt. Heute Abend, wenn es so gelöst, gehe ich vielleicht nochmal. Morgen gehen wir wahrscheinlich feiern. Und ja, dann seht ihr das später. So, wir haben 10 Uhr abends und ich bin eigentlich schon auf der Couch gegammelt. Und habe mich wirklich festgegammelt. Und dann dachte ich mir so, ne, Alter, ich bin in Köln. Ich muss noch ein bisschen was erleben. Ich muss raus. Jungs, Mädels, nicht nur zur Aussorgung, auch ein bisschen rausgehen. Ein bisschen skaten. Was erleben. Egal, ob es euch ein bisschen Überwindung kostet. Macht was draus. Also ich muss sagen, nachts gefällt er mir irgendwie fast noch besser als am Tag. Das ist ziemlich nice hier. Hallo, hallo. Heute habe ich mir das Fahrrad geschnappt. War heute wieder den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Hier ist es mega grün. Hier gibt es so viele schöne Parks. Also, hey, Köln gefällt mir echt mega gut. Muss ich sagen. Also, gerade eben auch noch so eine Demonstration in dem Park. Ich glaube, den Park blende ich mal jetzt kurz ein. Und die haben dort mit Elektromusik irgendwie demonstriert. Gegen keine Ahnung was. Irgendwie gegen Öl und keinen Plan. Gegen die Stadt Köln. Gegen irgendwie sowas. Mega strange, aber richtig geile Musik. Auf jeden Fall mitten im Park. Und war eigentlich ziemlich spaßig. Jetzt radele ich gerade schon wieder zurück. Musste Videos schneiden. Die Patrizia auch noch ein bisschen im Park. Schreibt ein bisschen. Schreibt noch ein bisschen ihr Tagebuch fertig und alles. Und dann sieht man sich in der Wohnung. So, wir sind jetzt draußen. Das ist Patricia. Sag hallo. Hallo. Wir machen jetzt doch mal was zusammen. Wir gehen jetzt zusammen in den Rewe. Wir skaten in den Rewe. Die ist ein bisschen schneller als ich. Und ich glaube, heute machen wir einen chilligen. Schauen ein Filmchen an. Weil die ist müde. Ich bin eigentlich auch müde. Und heute gibt es, glaube ich, einen gammeler Tag. Und da kommt schon ein Auto. Tschüss. Guten Morgen, liebe Leute. Ich packe gerade mein Zeug. Fahre jetzt gleich mit einem Blablacar Richtung Hamburg. Und da mache ich wieder Couchsurfing. Aber es gibt ein Problem. Das Mail, was mich eigentlich eingeladen hat, beziehungsweise bestätigt hat, meldet sich jetzt nicht mehr. Also habe ich jetzt noch andere Requests weitergeschickt. Und ich hoffe, jemand nimmt mich so spontan. Richtig kacke. Richtig kacke. Aber wird wieder ein Abenteuer. Mal schauen, wo ich lande. Und das war es jetzt mit dem Köln-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Däumchen werden Träumchen. Und dann sieht man sich in Hamburg. Und da geht's. Richtig kacke. Vielen Dank.